Hallo liebe Max-Kinder, wir haben heute für euch ein kleines Video gemacht, weil wir uns ja leider nicht mehr gesehen haben und wir uns aber unbedingt von euch verabschieden wollten und wir haben uns so gefreut, dass wir mit euch musizieren haben dürfen, es hat riesen Spaß gemacht mit euch und wir wünschen euch einen ganz schönen Sommer und eine wohlsame Ferien. Liebe Max-Kinder, ich wünsche euch ganz viele beste Freunde und eine schöne Zeit mit eurer Familie in die Ferien. Ganz viel Zeit mit euren Freunden und genießt die Ferien. Liebe Max-Kinder, ich wünsche euch einen ganz schönen Sommer und einen ganz viel heißen Badetag. Ich wünsche euch ganz viel Freude am Singen und das ist ganz oft Singen mit euren Freunden. Die beste Freunde, das sind wir, ich bin zu dir, du bist zu mir. Die beste Freunde, ich bin zu dir, du bist zu mir. Die beste Freunde, ich bin zu dir. Die beste Freunde, ich bin zu dir. Die beste Freunde, ich bin zu dir. Die beste Freunde, das sind wir. Die besten Freunde, das sind wir. Ich war zu dir, du bist zu mir. Die besten Freunde, die kommt mir. So, die besten Freunde, das sind wir. Lasst uns nach vorne schauen, wir können uns aufschauen. Die besten Freunde, das sind wir. Ich war zu dir, du bist zu mir. Die besten Freunde, die Sonne glatt. So, die Freunde, die ist wunderbar. Die besten Freunde, das sind wir. Ich war zu dir, du bist zu mir. Die besten Freunde, die kommt mir. So, die Freunde, die ist wunderbar. Die besten Freunde, die Freunde, die Leute, 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 Das ist gut! Ich bin die Berriere! Ich bin die Berriere!